hallo und herzlich willkommen bei virtus und einer neuen folge kreativ aus danke dass ihr wieder eingeschaltet hat auf meinem kanal ja im endeffekt sind es die letzten züge glaube ich für den etagenbau geil freut mich ganz ehrlich ich bin froh wenn es fertig ist ich denke mal ihr wollt ja was neues danach müssen wir den drachen immer noch bauen der wird auch schon krampf genug sein aber dann haben wir das wenigstens durch wir müssen das noch ein bisschen anpassen das gelände aber das ist auch alles nicht mehr so wild die hier noch mitgenommen damit wir das thema zubauen können so läuft die hier noch ansetzen ganz entspannt da fehlt noch ein steinchen jedoch lämpchen an so dann haben wir das auf alle fälle fertig wir gucken mal hier so sieht so weit fertig aus ich gucke mal von unten nach oben noch mal alles durch genau und hier fehlten uns die schlägen die ich aber jetzt schon auf alle fälle dabei habe und hier noch das schwarz das hat mal soweit ich weiß gar nicht was da für einer fehlt schwarz hoch hier habe ich das so aber das muss noch weg wo bist du da bist du steht 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 jetzt kann man das hier noch zu machen wo du das ja mann finito ja da fehlen halt ein paar vier stück das haben wir das haben wir da fehlt eine säule das mit zwei säulen na du scheiße entschuldigung diese gekonnte wortwahl das haben wir hier auf alle fälle fertig erstmal suchen also eine säule fällt glaube ich schon auf kann nur hier an so einer position sein eigentlich das haben wir hier sind die säulen auch vollzählig da drüben bringt was da fehlt noch ein steinchen aber säulen technisch haben wir sie alle würde ich mal ganz strikt behaupten hier noch eine treppe kommt die fehlersuche die üble da 8 wusste ich doch das haben wir denn schon mal weg ich glaube die rote säule finden weiß ich nicht auf jeden fall nicht mehr die hatten wir alle ja dann auch alle dran sieht auch alles vollzählig aus da war ja noch was die interessiert nicht ist alles soweit fertig ne ja passt ja nö dann war es das dann war start wer jetzt kommt noch hier oben quasi die anlage drauf und da bin ich ja noch habe ich mir so ein zwei ideen rausgesucht hat immer den hier fand ich zum beispiel nicht verkehrt ich muss mir die nur halt mal angucken genauso den ich der hat aber nicht gepasst ich erst mal mit dem hier gucken wie wir den ansetzen könnten so der hätte jetzt halt diese höhe ich hoffe ich muss noch einen tiefer ich gucke aber erst mal so von der vom umfang von der größe her sieht es zumindest gut aus ich glaube ich noch einer hinten gehe noch ein tiefer könnte das sogar wird werden wo wir mal hier rein auch von der höhe her so passt eigentlich gut und fetten fitten park hier rein sitzen wie gesagt ein nach da ein nach da sogar und noch ein tiefer so so jetzt geht der da genau rum die ecken hier sind ja relativ unwichtig der endet hier genau ja perfekto mehr will ich ja gar nicht war geil hier oben mal so eine wild park anlage hin mit wasser die zäune das ist eigentlich relativ okay was die hier so von einem wollen bedrock slabs jetzt nichts wildes würde ich mal meinen das hier unten drunter müssen wir alles auch nicht weg nehmen ich würde sagen dann holen wir uns erstmal hier ein bisschen was raus aus den täschten so alles was wir nicht brauchen weg 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 vor so ein projekt starten hier erstmal sortieren einmal behalte ich mal noch ja was geht wohin weg 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 das ist jetzt gerade zu dunkel willkommen hier mal hier mit rein die ganzen lampen so also haben wir das hier auf alle fälle auf alle fälle hier ein bisschen mehr spielraum ne sieht doch schon mal ein bisschen aufgeräumter aus wahnsinn ein ja geht doch ja sind keine 100 auf alle fälle nicht immerhin ich weiß nicht mehr welches grünzeug anfangen wir erstmal damit an ich lasse einfach mal das gerüst hier so und starte hier mit alles brauche ich hier nicht zu ballern ist auf beiden seiten verschieden ich glaube schon das passt mit den ausgängen ich nehme ja nur das mit was ich brauche so kann ich direkt sagen du kommst wieder weg sachen die unnötig sind kostet alles geld so okay alle kranker scheiß jetzt gucken wir uns nochmal genau an was so auf dem niveau hier steht ich meine der ist ja nicht teuer ob man den sich einfach so produziert ich ich 100 ist aber schon eine hausnummer normales craftcode 3939 ist schon mal gut 1000 davon slaps auf alle fälle der die beleuchtung drin und die ist schwer zu sagen du was bist du hier ist 4 6 6 5 6 So. Da unten Wut. Da muss ich den anderen erstmal wegreißen, sonst kommt ihr hier ein bisschen in die Pädouille. So. Zack. Ja, ein bisschen hoch. So. Keine Ahnung, dass das hier mal Mangelware wird. Was kommt da hin? Ach Gras, was wir nicht haben. Okay. Ich habe aber noch Zeit. Das heißt, wir kümmern uns mal ein bisschen um Ersatz hier. Wir brauchen hier eine Menge Gras. Graslabs auch. Wahrscheinlich wegen der Beleuchtung. Und besorgen wir uns mal jetzt die Materialien so. Okay, okay. Hm, womit fangen wir an? Auf jeden Fall Schlamm machen. Daran hapert es nicht. An den gelben wird es eher hapern dann. Und den roten. So. Du schon mal wieder weg. Dann reißen wir doch mal nach Haus. Mal gucken, was wir da noch zu finden. Boah, ich muss mal trinken bei der jetzt. Das ist ja normal. Boah. Ich weiß nicht, ist das gesündeste, aber egal. Uh. Okay, raus hier. Gras, 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 Gras. Ist hier. Ne, falsche Seite. Jetzt übrigens noch ohne Ende Sand. Egal. Ähm. Der ist ja totleer. Die will er haben. Das heißt, wir würden uns hier auch mal so einen Batzen mit. Ja, noch ein paar Slips. Ne, das brauche ich jetzt, glaube ich nicht. Dich nehmen wir mal mit. Ja, weiß ich jetzt gar nicht. Boah, habe ich auf alle Fälle genug. Die Sache des Grases. Hm. Nicht hier. Ja. Ja, ja, ja. Die Dinger dabei. Komm, hier nehmen wir mal mit. Ich weiß jetzt nicht genau. Ja, da bevor wir weggehen. Unten noch ein paar bisschen Lampen ausholen. Ich glaube, da habe ich auf alle Fälle noch was. Was? Ich hätte mir das mal tracken sollen. Die. Und die hier. Ui. Hat sich einer auch verlaufen. Nervig. Hier draußen. Mit der Frühschluft. Ab in den Panik rum. Und damit ist die Folge auch schon um. Ja, dann würde ich sagen, können wir nächste Folge da hoffentlich mal ein bisschen reinreißen. Das ganze Ding in Schwung bringen. Ich sage danke für's Zusehen. Bis dahin. Und tschüss. Bist du? Vielen Dank.